Wer ist denn Ihr Lieblingsspieler bei der WM? Podolski. Warum? Das ist einfach am Sympathischsten. Manuel Neuer finde ich ganz gut, den Torwart halt. Mats Hummels oder Manuel Neuer? Aufgrund der besten Leistungen von denen. Hummels, muss ich fast sagen. Aber ich sag jetzt nicht warum. Mats Hummels, der kommt ja nicht ganz von ungefähr. Ja, guter Spieler. Bei den Deutschen ist das Üzil, finde ich, auch ein sehr guter Spieler. Und Müller wahrscheinlich macht wieder ein Tor heute Abend. Neuer, der Torwart. Er ist sehr gut. Und an Spielen finde ich eigentlich Müller ganz gut, Hummels auch eigentlich. Müller würde ich sagen, weil er die Mannschaft vorantreibt. Das hat man im letzten Spiel auf jeden Fall auch gesehen, dass er definitiv Motivator ist, wo die anderen sich schon ein bisschen hängen lassen haben. Wenn du Trainer wärst, was würdest du den Jungs sagen vor dem Spiel? Die deutschen Tugenden müssen auf jeden Fall herhalten. Für mich ist, glaube ich, echt wichtig hervorzuheben, dass sie einfach Spaß haben. Ich sag, dass eben die ganze Welt zuschaut, man der Welt zeigen kann, wo man steht, was man auf dem Kasten hat. Macht das Beste draus. Ich denke mal, ich würde sie motivieren und sagen, das ist jetzt die einmalige Chance, in Brasilien Weltmeister zu werden innerhalb ihrer Karriere. Gebt alles, Jungs. Wie geht das Spiel heute Abend aus? Ja, ich denke, dass Deutschland gewinnt. Und wie? Ich denke, 2-1. 2-1 Deutschland. 3-2 Weltchance. Ich denke mal, Deutschland wird gewinnen. So ziemlich knapp 2-1 oder 2-1 vermute ich. 2-1 nach Verlängerung. Ich lag schon richtig beim letzten Spiel. 1-0. Und ich würde es gönnen, dass es wenigstens 1-0 ist für Deutschland. 3-1 für Deutschland. Ich glaube, Brasilien gewinnt. Ich glaube, ich ehrlich gesagt auch, obwohl ich sehr gerne hätte, dass Deutschland gewinnt. Ich auch. 2-1 für Deutschland und damit wären wir dann durch. 5-2. 5-1. 3-2.